Bist du auf Phuket? Oder warst du früher oft hier? Eine Stunde Fahrt circa, Rambo. Eine Stunde Fahrt. Ich glaube, so um die 50, 60 Kilometer oder so ist das, glaube ich. So um die 50, 60 Kilometer. Bis morgen cool hier. Morgen hat er morgen kein Stream. Guck mal in den Panels den Streamplan an. Und der wird auch eingehalten. Guck in den Streamplan. Ich gucke nur mehr nach rechts gerade. Stimmt, Ruth, aber du bist in Thailand. Ist so, Steff. Das ist so. Wenn man sich vorgenommen hat, jetzt will ich gehen, so nach dem Motto. Aber da ist keiner. Doch, eine Dame läuft rumwartet. Vielleicht bekomme ich signalisiert, dass wir weiter wollen. Wartet, ich gucke mehr. Ich gucke mehr gerade nach rechts, was passiert, wenn einer runterkommt oder so. Rambo. Wisst ihr, was ich mache? Rambo, komm vorbei, dann bauen wir zusammen eins, okay? Dann bauen wir zusammen eins, Rambo. Dann fahren wir gemeinsam rüber. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Duisburg. Moin, moin. Da sind immer etwa so zwei Meter hoch Wellen. Genau, Boot selber bauen, ehrlich. Du, ich habe selten erlebt, auch in der Regenzeit, dass die Wellen hoch waren. Das ist wirklich wahr. Wir waren ja auch in der Regenzeit hier auf Puket. Das heißt, wir haben selten richtig Wellen erlebt. Ehrlich, selten. Ehrlich. Ich habe das eigentlich gerne. Ich habe das eigentlich gerne. Wisst ihr, was ich mache? Ich nutze die Chance und gehe mal gerade irgendwo hin. Sonst sind wir gleich unterwegs und dann... Ich bin in zwei Minuten wieder da, okay? Ich gehe mal gerade irgendwo hin und komme wieder. Bis gleich. Wartet, ich komme wieder. Bin bei Trose, kriege ich mal hin. Das ist gut so, Rambo. Okay, ich komme sofort wieder. Wartet. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Was ist die gute Neu? Es ist okay, du kannst kommen, du kannst kommen, er ist chill. Ja, ja, ja. Aber, aber, was ist die gute Neu? Sag mir erst. Okay, okay, hab auch direkt Bescheid gesagt, ob wir bezahlen wollen. Hab auch gesagt, ob wir bezahlen wollen. Alles klar, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Ach ja, da wird eh nichts geklaut, du. Um's Klauen brauchst du keine Gedanken machen hier. Ehrlich nicht. Guten Morgen, Babydoll. Guten Morgen, Morgen, Morgen. Moin, moin. Ich hoffe, dir geht gut. Ich hoffe, dir geht gut. Das hoffe ich zumindest. So, mal ganz kurz was gucken. Ich hoffe, dir geht gut. Also, ich glaube, das ist die teuerste Cola, die wir jemals hatten. Ich zeig's euch. Das ist die teuerste Cola, die wir jemals hatten. Also wirklich, das ist krass. Wartet, zeig's euch. Wenn wir das gewusst hätten. Könnt ihr lesen? Könnt ihr sehen? Das waren zwei. Ja, das stimmt, ey. Engel, das stimmt. Puh, wenn ich das gewusst hätte. Vielen Dank für die 10... 110, eine. Ja, krass. Und Rackman, vielen Dank für die 10 Biddies. Vielen, vielen Dank dir. Dankeschön. Dankeschön. Das war krass, ne? Betrug. Nee, nee, du, Freund. Nicht geguckt. Bestimmt wegen der Aussicht. Genau richtig. Moin. Einmutter schön. Guten Morgen, Ponte. Morgen, Morgen. Die denken, du bist Tourist. Ja, genau so ungefähr. Ja, aber das sind ja hier... Ich meine, die Aussicht hier ist natürlich mega, ne? Goal machen für Cola. Ja, ehrlich, Paddy. Krass, ne? Krass. 110 Euro, ja. Du. Ja, Rich Travel, ja, ehrlich, ey. Da kannst du zweimal essen gehen von der Cola. Ja, es ist so dark, ey. Es ist so. Nein, das hat damit nichts zu tun, ne? Das sind halt die normalen Preise hier, ne? Schon krass, ey. Kann man sagen, dass die Karte für einen... Ja, nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Krass, ne? Bekommst du dafür einen Handtuch? Ja, genau, Engel, ehrlich. Das kann gut sein. Das kann gut sein, Engel, sogar. Hallo, hi, Teddy. Guten Morgen. Morgen, Teddy. Guten Morgen. Schickimicki-Cola, aber voll, Paddy. Aber voll. Echt. Ah ja, alles gut. Strand, nee, toll. Genau, genau, das ist direkt am Strand, ne? Direkt am Strand. Guten Morgen, Abend zusammen. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Moin, moin. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Moin, moin. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal rum. Wenn wir Wechselgeld zurückkriegen. Wenn wir Wechselgeld zurückkriegen, dann geht's weiter. Maybe nothing. Cola war aus Gold. Ja, ich glaube auch, ey. Ich glaube auch, ey. Aber du darfst wiederkommen, hat sie gesagt. Ja, hauptsache sie kommt wieder mit dem Wechselgeld. Hauptsache sie kommt wieder mit dem Wechselgeld, ey. Dann setz ich mich doch lieber am 7-Eleven hin und trinke eine Cola, oder? Hallo zusammen, hatte ich vorhin mit Mutter definiert. Es geht dir einigermaßen gut und noch viel. Das ist, bin leider auf der Lunge gegangen. Drück weiterhin. Alles klar, Babydoll. Gut, dass du das reinschreibst. Alles klar. Gut. Ich schaff's genau, die 60 Kilometer zu paddeln. Das ist wirklich so Rambo, ey. Echt, ey. Bin leider spät dran, aber es ist schon wieder bei dir zu sein. Das ist schön, Teddy. Das du geschafft hast überhaupt. Das freut mich, ehrlich. Das freut mich. Schau mal, wir gehen jetzt auch weiter. Ich zeige euch jetzt mal genau, wo wir sind. Wenn sie irgendwann mal wiederkommt. Und Kefk, guten Morgen, Travel. Ein wunderschönen guten Morgen. Hast du Thais getroffen, die durch Deutsch sprechen können? Nein. Äh, doch, nein. Ne, doch, eine Thailänderin in Patong. Die hat in Deutschland gelebt viele Jahre. Dann ist ihr Mann gestorben, hat sie erzählt. Und dann ist sie nach Thailand zurück. So ist es. Stimmt, eine. Eine ältere Dame haben wir getroffen, Sammy. Also sie hat wohl ihr Leben lang mehr oder weniger in Deutschland gelebt. Also sie konnte richtig gut Deutsch. Sie konnte richtig gut Deutsch. Heute wird ein schöner Arbeitsag. Meinst du wirklich so, Babydoll, ne? Gut so. Echt. Nice. Ja, genau. War interessant, sich mit ihr zu unterhalten. War im Stream, Sammy. War im Stream. War sogar im Stream. War echt interessant. War echt schön. Na, komm. Jetzt sind drei oder vier Gäste da. Jetzt geht gerade gar nichts mehr. Ich dachte beim Italiener den Tag was. Das habe ich auch gedacht, Rambo. Das dachte ich auch, Rambo. Das dachte ich auch. Das dachte ich auch. Dann setze ich mich lieber am 7-Eleven hin und trinke eine Cola. Echt. Ich habe eben noch trinken geholt, weil ich mir gedacht habe, hier unten kann ich bestimmt nichts kaufen. Dann. Dann.